Puh, geh ich mal um, dann siehst du, wo es hingeht. Ach, Mensch. Uua! Mit leckst du es unglaublich. Es ist handlich dafür, dass es leckt. Wir müssen unseren neuen Server-Master mal fragen, ob wir auch unsere Let's Play-Map da hosten können. Bei ihm. Weil das so nicht funktioniert. Erschreckt mich doch nicht so. Warum soll ich dich nicht erschrecken? Weil du hinter mir stirbst. Ja, wer soll sonst hinter dir sterben, außer ich? Ich lecke, ich glaube, ich muss schon wieder neu starten. Aber ich meine, ihr verpasst ja eh nicht viel. Ja, nee, das geht nicht. So, da sind wir jetzt wieder endlich auf der anderen Seite. Nach einer Stunde. Genau. Nach einer Stunde sind wir auf der anderen Seite. Was? Ja, hier sieht man ja eigentlich schon, dass das hier irgendwie so lang geht. Genau. Hm, sie sind wohl entkommen, aber ich sehe Fußspuren, den Fluss entlang. Ich sehe sie. Wo denn? Im Sand. Im Sand? Da ist die Lavagruppe. Da ist die Lavagruppe. Türm. Da ist die Lavagruppe, die da hinten. Gut, meine Schergen, wir flüchten ins Haus auf der Insel da drüben. Wieso schreibt der Schilder? Ich weiß nicht, die haben vielleicht kein Handy. Ja. Ach nee, die Tür ist verschlossen. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Liege es unten rein. Die Karte kommt. Wo denn? Wo denn? Links vom Haus. Und da ist... Oh. Ich habe einen Schalter gefunden. Ja? Und? Hast du den gedrückt? Ja. Guck mal, ob die Tür offen ist. Nein. Hm. Nee, ist da noch einer. Ja, da hinten ist noch einer. Ich versuche durchzukommen. Nee. So. Was machst du denn? Die ist immer noch zu, die Tür. Weil da noch mehr Schalter sind. Du kannst ja auch einen drücken. Ich glaube, wir müssen dann wohl da runter. Ich war Litzheim. Drück dich. Ich drück dich. Ich drück dich runter. Ich. Du fährst mir gleich auf den Kopf. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wenn ich nicht gestorben bin, dann fliege ich noch heute. Na, endlich. Sie sind wohl durchs Portal. Oha, was haben die hier im Haus? Doch, kein Enderman. Ich muss wohl in einer anderen Dimension sein. Oh, oh, oh. Ich hör's. Ich hör's auch. Innerhalb dieser Mauer sollte ich mir ein paar Sachen für den Kampf bauen. Am besten ein Diamantschwert oder einen Bogen. Ich will Bogen. Ich will Bogen. Ich will Bogen. Heißersehnte Kohle. Endlich. Nach so langer Zeit finden wir endlich mal Kohle. Aber... Ist da was drin? Da ist ne Truhe oder was? Hätt links sind da drin. Ach so. Wo ist denn das Mistviech? Was dürfen wir denn hier jetzt abbauen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dürfen wir jetzt hier den Boden weg machen? Ich sollte nicht nach draußen gehen, bevor ich nicht alles hab. Hast du schon ein Schwert? Nein, gehen wir hier mal rein. Machen wir mal ein Holzschwert. Ne, ne, geh mal hier rein. Hier steht der Schlafzimmer. Sieht aber nicht so nach Schlafzimmer aus. Sehr unangenehm. Warme Schlafzimmer mit Lava. Ja. Oh, wir haben Nacht. Willst du schlafen? Ja, dann musst du dir aber ein Bett hinstellen. Kannst du auch so kurz machen. Na, klappt gut. Sie träumen von mir. Ich hab schon. Wie sollen wir denn uns ein Diamantschwert machen? Weiß ich nicht. Ich brauch mir gleich einen Boden. Ja, aber wie sollen wir denn es denn... Vielleicht gibt's ja Diamant hier unten drunter oder so. Dann musst du ja erstmal eine Holzhacke bauen. Hast du schon eine Holzhacke? Nein. Ich mach eine. Ich hab's da einen Bogen, das fehlen noch Pfeile. Hier, nimm. Ich hab dir eine Holzhacke gegeben. Nimm die Holzhacke. Ha, 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 ha. Komm her. Geh doch auf, Nimm. Blödes. Boah. Wieso stellst du dich denn zu mir, du Weibliot? Weil das Viecher auf dich gehen will. Es sieht dich mal wieder nicht. Schick mal hier drüben, mein Diamant. Ja. Oh, Alter. Oh Gott, ich sterbe, weil ich brenne. Und es denn irgendein Wasser gibt. Oh, ist das Ding. Macht uns den Weg frei. Hattest du nicht gesagt, man kann das zurückschießen? Kann man auch. Womit? Ich steck mich ja die ganze Zeit vor, wenn du direkt drauf springst. Und anpflegt, kannst du direkt rücklassen. Ich hab jemanden gefunden. Wo denn? Da, in der Mitte. Ah, in der Mitte. Ja. Schatzi. Nicht sterben. Du kriegst, hier. Hier. Warte schon. Ah. Hier. Ah, leck das jetzt. Hallo, wo bin ich? Hilfe! Du. Ah, leckst du. Oh, ich hab Diamanten. Kann man die nicht... ...zurückschießen. Aua. So. Ich schieße voll daneben aus dem Ding. Wie geht das denn? Aufschlagen. Okay. Erscheine. Du bist in einer anderen Dimension, deswegen geh ich nicht zu dir fort. Du bist Miststück. Kannst du dich nicht zu mir porten? Nein. Nein. Jetzt aber. Wir haben jetzt immer noch leck. Deswegen ist gerade Minecraft neu starten. Okay. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ich weiß es nicht. Also wir uns kennen auf jeden Fall länger. Im Netta ist das echt schlimm hier. Ich bin nos схhanoter. Ich bin in der nächsten Genome.